ja moin wir sind wieder hier die professionals auf ihrer play side mit dem mini und katen die sind auch wieder mit von der partie wir sind in einem youtube kommentar gebeten worden dass wir doch bitte ein level bei little big planet 2 testen sollen genau das weiß dass das super island platformer vom lbp zwei smiley creator dann schon 208 herz jahr und 1742 haben schon mit zockelt und jetzt kommen wir dazu genau warum natürlich mal gucken was hier so los ist in dem level ja oder seid ihr alle bereit jawohl feuer frei timeout schläger es ist story zeit 175 14 levels hat er schon gemacht das hat er als ich glaube sieht aber nach den fotos auszuurteilen schon mal sehr professionell aus hat mehr anruhe als wir ja was level design angeht ja und auch du das ist ja schon mal sensationell wer soll jetzt hier einspielen ich denke mal alle müssen sich ja lange an schau nicht nach unten und tut weh so wie soll ich jetzt hier drüber bringen ha ha schaff es schnauble muss es schau schnauble das kostet mich alle mühe der welt aber er ist ja ein pro fessioneller ja 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 ich hab's leute jetzt gehe ich dort ja das war ja schon mal auf jeden fall eine herausforderung hoi jetzt hoi ich glaube wir müssen hoch links aber das ist auch was zum aufsammeln so links oder rechts ja klar wir gehen aber erst hier rüber da gab es doch was zu sammeln ja da haben wir hier uns mit r1 irgendwie festhalten woran sollen wir uns hier festbleiben außer uns ja gut wo ich gerade sieht und denkt ihr followers seht ihr dass er mit uns dann machen müsst aber wie soll ich denn ich glaube hier geht es nicht weiter nein ich glaube doch da gehen wir mal den Wege lang wo der Pfeil erstmal anzeigt vielleicht kommen wir da hinten oder her noch hin irgendwie ja mach es halt hinterher hier sind Schalter sind wir installiert jetzt wieder hoch jetzt vielleicht aha jetzt wird noch ein Schuh draus hier ganz schlaue können wir mal zusammen bleiben nein ja alle zusammen runter und wieder hoch der Koch so wie es mellower der Koch ist spooky ja bin ich jetzt tot? ja wo mit euch jawohl jawohl ich komme ja alle rinder ja halte ich fest festhalten festhalten muss springen und festhalten springen und r1 das ist mir schon klar jetzt 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 alle gehen lassen ja ja jetzt kommen wir uns da oben wieder mit den r1 festhalten nein nein doch nicht das ist zu hoch ne Moment hier jetzt kommen wir erst mal runter ja jetzt kommen wir erst mal runter jetzt kommt du mal die Punkte rein so wie immer haha so wie immer ich muss mal die wirtschaft ja würde ich auch mal sagen wir müssen uns da erstmal mit festhalten hallo ich komme jetzt mal jetzt rein oh nein oh so wir sind jetzt mal alle eine Runde auf die hier ist uns so ein äh so unendliche Dings wie das aussieht ja das ist ja auch eine herausrunde das kann ja alles tippifuck sein wir müssen zusammenbleiben das ist nicht ja oh ich mache starker Abgang aber siehste äh es zeigt in jedem Fall an wann du x drücken sollst das ist nicht mach cool na bitte bitte stehen dann drückst du dann ich steh ich steh Mahlzeit oh oh ah jetzt kommt aber die weiter this level is heavy das ist nur aber der Hausfrau ist immer gut AAAAAAAA ok und auf die nächste Platz nein nein in den Tod gerissen wir kommen warum reißt du mich in den Tod bist NEIN so jetzt wenn es oben ist jetzt feuer wenn es oben ist jetzt feuer jetzt feuer ich hab mich beeilt warum sprich der Scheißding nicht so weiter geh weiter einfach weiter Caden komm das muss abgepasst NEIN ich hab nichts gemacht kommst du ich komm nicht mehr ich komm nicht mehr ich hab die Abkürzung genommen für faule für faule NEEEIN 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 das ist mal ein hübke Dreck komm der Kopf der Kopf war auch nicht besser so ein nacheinander HAAAAAAA 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 so jetzt kriegen wir es aber hin HAAAAAAAAAAA Einer nach dem anderen Ja... das muss Einer nach dem anderen machen sonst kannst Du das glaub ich nicht mit die Creme AAAAAAAA AAAAAAAA Oh man Hey ich komm nicht mehr zurück jetzt Ach du... verliebst du noch mit Schwung da dran Ja Und jetzt HGod Wow Ja warum jetzt das geht nicht das muss gehen jetzt versuch ich mal ja ja jetzt okay oder schenobel oder gehst du jetzt endlich in die vielleicht musst du die starren rein vielleicht ist es auch nicht schön die starren scheint vorne zu sein so ist nichts passiert jetzt hängst du da oben weiß nicht weiter ja vielleicht kommst du auch von oben nein dann war es gleich bachelor mit richtig schmack ist du sollst du sollst dann der ecke r1 drücken und von danach dazu so ist auch so wahrscheinlich also wie auch immer ist es ich war schon so weit wir haben uns schön gegenseitig in den tod gerissen moment mal du hast mich in den tod gerissen weiter 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 oder auch nicht so leute das verschiebt sich in eine stunde die nachfolgenden sendungen verschieben sich um zwei bis drei stunden erst r1 drücken jawohl erst hinterher nein 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 das war der allerfesseste ja du musst alles ganz schnell r1 drücken so einfach ist das so schwer ist das gar nicht wenn man es erstmal raus hat ja 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 und jetzt ich muss mal hier ziehen wenn ich überhaupt gibt es ein level ganz schlau oder für mich aber dann gibt es was jetzt sehe ich hier noch nichts ui hey hier ist auf jeden fall seine herausforderungen angesagt das ist doch gut aber das level ist auch schön gemacht muss ich sagen ich glaube so gehen nicht da runter deadly muschrums ich mache einmal eine runde noch eine runde noch eine runde runter mal rückwärts 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 oh oh ich glaube das war nicht lustig nein nicht springen blöd ist so eine lustige 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 sonne mit sonnenbrille auf ha eine sonne mit sonnenbrille wie lustig also springen ist da ganz doof wups aber einfach laufen scheinbar auf ja da hinten musst du aber springen zum schluss aber sonst bin ich einfach durchgelaufen aber du musst erstmal nach vorne kommen weil ansonsten würdest du da hinten gegen so du bist jetzt im tod du bist jetzt ein riesen lauf lauf ja gut ja gut abgekürzt hui ja warte mal am anfang war doch was zum einsammeln auch wieso haben wir das wieso haben wir das haben wir da da waren aufkleber und so hab ich das gesehen dann war irgendwann vielleicht werden wir mal gucken hui wie geil ist das denn das ist schön schön und dann müssen wir jetzt da hoch dass wir nach oben gekriegen werden aber wer ist denn da wieder am ansonsten wisst juhu Pi komm das ist voll geil eigentlich gemacht ich bin abgestürzt so jetzt gehts nach links weiter wo sie noch einen Punkt den hole ich mir natürlich wieder nein hui nein ein mal durchgeflogen wie schäbig nein wer ist denn damit denn nicht warten das ist wohl der chef kopf ja hui hui oh wo willst du denn hin so wir lassen uns so noch vom windchen treiben am besten sollten wir alle zusammenhütten oh man wo willst du denn hin gaten abgezogen man abgrund so wie macht man das jetzt nach oben einfach x und nach oben jetzt schaffe ich gar nichts mehr ich würde jetzt einfach so da hin getreten ich habe was gemacht und bin nicht gepuscht so das Nählwort der Pi das Nählwort der Pi das Koke BAM hey so die ganzen Türchen sind alles schön versteckt naja das ist doch schön auch wenn der Land läuft also ich finde das ja wirklich schon mal sinn dass wir den 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 das ist wirklich ich wie soll ich sagen ich glaube nicht springen dann müssen wir es wahrscheinlich dahin ziehen geht das? nein nein wieso hast du mich denn fest? ich wollte gucken ob wir das ziehen ja aber noch nicht mich jetzt geh doch mal aus dem weg Herrgott da kannst du das nicht sehen ich habe doch schon versucht hey komm mal mit dir in den Abgrund hey warte komm kommst du ja runter mit dir hey es geht schon gar nicht komm es geht überhaupt nicht in den Abgrund wir können doch machen was wir wollen wei wir hätten uns ja sowieso nicht in den Abgrund geschmissen wei und jetzt? keine Ahnung das ist jetzt juhu juhu la 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 du brauchst eine Flasche in die Hand finde ich wei 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 das ist falsch bei dir ah da seid ihr ja wieder Mahlzeit ich bin schäbig na ja der Boden verschwindet nein feuer ich muss gucken wer ins draußen ist ja ich dachte ich würde das sind vorher schon jetzt alle mal wer hält dich da schon wieder fest zum Dreck da hält dich niemand fest aber das Ding geht nach unten und dann pieg pieg ich bin da einer ja jawohl wir kommen wir haben Verabkürzung ja ja überhaupt so eine sind da hier schon eine ihr habt Kenny getötet wei 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 der Level ist voll cool eigentlich ja 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 nein 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 oh die falle jetzt nicht in die Drohne an ja vorsichtig ah was ich denn da das erinnert mich das erinnert mich schwer an unser Level wei das ist ja auch noch so gut ja tage da oben wei wei jeder lass doch mal los jetzt häng ich einen Pilz ganz ja wei ja ja oh ey ich hab's geschafft oh was denn nu da war schon wieder Wind ich finde das richtig geil das ist voll cool das ist voll cool ist das du? Windy wo ist das ganze Mond ist aber du wo Wind denn? vielleicht hat er extra Levels oder sowas komm hier wieso seid ihr noch da drüben? oh ich bin auch noch da drüben komm hier nur ich bin da drüben komm hier ja ich seh auch so viel jetzt reicht's mir ja geh weiter hast du recht hab ich nicht ne Autowolm hab ich nicht ne Autowolm das Raumschiff zieht mich rein Hilfe das Raumschiff zieht mich rein das Raumschiff zieht mich rein oh wie geil oh wie schade oh was wir überhaupt hier zum Ende kommen Hilfe ist das jetzt schon das Ende jetzt? wieso rede ich so hoch? müssen wir alle nach hier oben? werden wir jetzt vor den Ausdurchschnitt führt? gibt's jetzt noch ein Raumschiff Level? werden wir dann wird ein Experiment an uns durchgeführt? wie geht das zu Ende? das ist eher tragisch dass wenn wir hier hochkommen wer hängt denn? huiiiiiii jetzt aber jetzt? nein es ist ja schon ein schönes Level aber an manchen Stellen ist es ein bisschen unübersichtlich wie geht die hier zu Ende? da wir niemals alle zusammen mit oben ankommen können sind gerade gestorben ah warte mal vielleicht sind wir hier unerwichtig wir sind jetzt unten am Anfang ne wir sind doch mal hier ne das ist geil hier das ist geil hier da hat mich danach wieder totgerissen komm mal wieder hier hoch oder hier hoch hier links da so geht noch zu lang ne das Ende nein es gibt nichts Hilfe da müssen wir nochmal hin das will ich nicht sagen das Level ist voll cool nur das Ende hey Schnabel jetzt solls mal wieder jeder einzelne Maler bist so mh Kaden ach so ich bin gerade echt eingeschlafen eingeliebt oh man oh man oh man mh das eine ist immer das äh hier nicht das Sau Ding aber das geht mir schon da haben wir eben ja auch noch nicht klar das blieb irgendwie immer schnell genug neeein das hatte ich nicht vor komm schmeiß mich mal nach vorne jawoll das ist die Idee jetzt nein nein wir hängen uns alle aneinander und machen wir riesen 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 Dings riesen Dings riesen Dings also wer geht vor ja ich geh vor hey so und ich geh drauf du gehst drauf so äh Entschuldigung mal jetzt so ich häng mich jetzt ganz unten dran schwingen schwingen oh nie jah jah wir hätten uns noch ein und mehr schwingen müssen also du machst das so schnell das ist aber eine coole Idee hey ich glaube das war für uns Teamarbeit ist hier gefragt du kriegst gar nicht genug Schwung um das zu machen ja aber lass doch mal gehen oder versuch's mal hast du ja gerade gesagt ich soll dich in den Tod stürzen ja du nimmst den Pieck mit danke Pieck danke aber das war eine super Idee wenn jetzt äh die Mini auch noch unten dran hängt das bringt nichts das wird mir weit genug äh wir werden's sehen oh jetzt guck ich alles auf euch drauf häng ich an dir? nein ich hab auch nichts aufsinn das klappt ja jetzt ne noch nicht nein du sollst doch nicht gehen lassen oh man du hast gesagt jetzt ja auch dich meine ich doch gar nicht ich bin mir ziemlich sicher dass der sich das Video anguckt und lacht sich richtig kaputt scheiß die Knabler ja 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 wir waren da schon beim Ende da hab ich nur eins ja hihihi ja hihihi ja ja mit und ja jetzt ja hihihi So. Ich geh jetzt. So. So. Ich, oder soll ich? Warum lässt du denn du gehen? Ja. Du, du fragst dich so vor. Ich dachte, es ist schon der Mittre... Ja. Warte. First. 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 Ich? Ja, jetzt. Komm! Jetzt musst du noch mal loslassen. So, jetzt. Links. Rechts. Links. 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 Rechts. Rechts. Ja, jetzt muss ich noch eins. Jetzt ist es noch eins. Ja! 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 Moment, ich komme! Patsch! Die Dreckhals hat gewonnen! Jawohl! Es liegt auf Dreckhalsgeset. Da haben wir wirklich alles gegeben jetzt. Ui! Alles bin ich da leider noch träumt. Aber wir kommen doch gar nicht an der Ecke, wo jetzt der Blitz war, kommen wir doch gar nicht mehr durch. Das sehen wir ja jetzt. Wäre nett. Vielleicht mal springen? Wäre nett. Wäre nett. Wäre nett. Am Ende waren wir ja schon. So, hier kann man einfach durchla... Also, ich bin durchgelaufen. Ja. Ich wollte auch. Aber da bin ich zum Schluss durchgefallen. Jetzt geht's. Okay, jetzt. So, jetzt geht's. Da, ist der Blitz! Who knows. Ganz schön verstrahlt. Normalerweise ist das Ziel erreicht, wenn einer am Ziel ist. Er kann uns ja sagen, ob wir am Ziel waren oder ob da was kommt. So, stoppen und ab in die nächste Level. Können wir noch eine von uns probieren? Können wir machen, das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich habe punktumäßig gewonnen, ja warte mal, ich habe auch noch was für dich. Voll die Tarnung hier, ich will smell what a snake is, guck ihn hier. Kik, wo bist du denn? Da! Hey! Schnell weg! Tschüss. Ich versuche jetzt noch mal ein Blitz vorbeizukommen. Schnell einmal noch, alle den Tod in den Blitz suchen. Komm, wir blitzdingsten uns jetzt tot. Wir sind nie bei meinem Bleck. Warte mal, da ist doch... Haben wir ja kein Chatmark jetzt. Ohhhhhhhh. Wenn ich jetzt ein Chatmark hätten. Oh Mann, wie schäbig! Bist du da unten im Wasser geblitzt, dingst? So, okay, wir haben gewonnen, weil wir noch am linken sind. Da, ab in den Blitz mit euch! Ab in den Tod! Nein, ich weigere mich. Schocka! Dann sucht er aus! Jetzt hast du die Möglichkeit. Entweder Tod durch Blitz oder durch das Ding. Ein sehr deprimierendes Level, dass man sich den Tod aussuchen muss. Ne, das Level war auf jeden Fall geil gemacht. Jetzt sind wir natürlich ganz schäbig am Ziel vorbeigeknattert. Deswegen komme ich ja nicht mehr durch. Aber das Level ist schon mal 1 A, würde ich sagen. Deswegen zocken wir mal noch mal eins von dem Jungen. Ja, also wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heiß die Professionals zocken play sein. Genau. Ich würde sagen bis denn dann. Tschöööööööööööööööö